Buchen, einchecken, ankommen. An sieben Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag. Das ermöglicht das Self-Check-In-Portal bei Motel Engel sowie bei Motel Z in Vellkirch. Im Einsatz sind hier die Automaten von 24-7 Support GmbH. Welche Vorteile die Gäste dadurch haben, weiß Hotelier Philipp Stadelmann. Wir haben uns eigentlich für den Self-Check-In von der Firma 24-7 Support GmbH entschieden, weil wir dem Gast ermöglichen möchten, dass er jederzeit, also 24 Stunden am Tag, buchen kann. Das heißt, er kann über jegliche Online-Buchungsplattformen, telefonisch, per Mail, auf unserer Homepage, kann der buchen und kann sich quasi selbstständig den Check-In ermöglichen und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dabei ist der Self-Check-In ganz einfach. Der Kunde kommt direkt zum Terminal oder über diese Online-Plattformen, gibt seine Wunschdaten, wenn er anreisen möchte, gibt seine Daten an, dann kriegt er eine Buchungsnummer. Automatisiert von unserem System kriegt er eine Buchungsbestätigung. Diese beinhaltet die Buchungsnummer und mit der kann er ganz einfach am Check-In-Automat einchecken. Er wird sofort aufgefordert mittels Bankomat Kreditkarte zu bezahlen. Alternativ sind natürlich auch Zahlmöglichkeiten wie Klarna, Paypal, Überweisungen natürlich möglich. Und wenn es doch mal Unklarheiten gibt, ist das gar kein Problem. In der Buchungszentrale ist schließlich immer jemand erreichbar. Wenn jemand eine Hilfe beim Check-In benötigt oder sich nicht ganz sicher ist, hat die Buchung funktioniert, ich möchte die Zahlung vielleicht ändern bei der Anreise, einfach noch anrufen. 24 Stunden sind wir telefonisch für unsere Gäste erreichbar. Mit 24-7 Support GmbH hat Stadelmann einen zuverlässigen Anbieter gefunden. Wir, die 24-7 Support GmbH, sind jetzt neu in Österreich angesiedelt. Wir sind schon seit über 33 Jahren in der Schweiz in Gams tätig in dieser Industrie. Wir bieten mehrere Systeme an, einmal eine Aufputz- und eine Unterputzvariante, je nach Kubatur des Hoteliers und haben auch, wie man hier sieht, ein Standgerät, was ebenfalls möglich wäre. Die Voraussetzung für den Hotelier, damit er unseren Check-In-Automat verwenden kann, ist lediglich eine stabile Internetleitung, ein herkömmlicher Stromanschluss und zusätzlich für die Wintermonate, gerade im Vorarlberg, bieten wir natürlich auch die Option an, das Gerät beheizbar zu machen. Eine weitere Voraussetzung für den Anschluss vom Automaten ist eine bestehende Schließanlage des Kunden. Falls nicht, können wir auch gern auch hier eine Lösung anbieten. Wir arbeiten mit der Firma Tesa zusammen, können aber auch alle anderen sämtlichen Lieferanten an unser System anbinden. Besonders angenehm für den Hotelbetreiber ist ebenso der große Kartendispenser. Bis zu 500 Schlüsselkarten kann der Automat ausgeben, ohne dass neu aufgefüllt werden muss. Motel Engel und Motel Z in Vellkirch. Ob Geschäftsreise, Urlaub oder längerfristig als Apartment buchen. Die Zimmer sind modern und gemütlich, nur wenige Minuten von der schönen Altstadt entfernt, nah an der Schweizer Grenze und gleichzeitig in der Natur. Buchen und einchecken, wann immer man will. Mit den Self-Checking-Geräten von 24-7 Support ist das ein leichtes.